Herzlich willkommen auf B304.de. Wir erwarten heute einen spannenden Wahlabend und aktuell ist das Rathaus noch leer. Hier werden dann ab 18 Uhr, soweit Sie denn da schon feststehen, die Ergebnisse bekannt gegeben. Erste Ergebnisse gibt es wahrscheinlich gegen Viertel nach sechs. Allerdings dauert es dann noch etwas, weil die Briefwähler ausgezählt werden müssen. Es sind zwar nicht ganz so viele wie vor 14 Tagen, aber 3600 sind es dann doch und das dauert erfahrungsgemäß etwas. Was wir für Sie haben, um kurz nach sechs, ist eine Umfrage, die wir heute exklusiv gemacht haben. Wir haben dazu 1000 Bürgerinnen und Bürger vor den Wahllokalen noch einmal wählen lassen. Auch das, wie gesagt, nicht repräsentativ, denn die Briefwähler können wir natürlich nicht berücksichtigen. Da wissen wir nicht, wie die Entscheidungen ausgehen. Beim letzten Mal war da Frau Littke doch sehr stark. Wie gesagt, deswegen kann das nur eine erste Tendenz sein, die wir dann um kurz nach sechs für Sie haben. Exklusiv die Umfrage eben unter den Bürgerinnen und Bürgern. Rund 1000 haben wir dazu befragt. Natürlich informieren wir Sie auch den ganzen Abend über mit unserem Live-News-Ticker, den Sie im Internet bei B304.de einsehen können. Wir werden auch in dem Zuge die ersten Reaktionen, Interviews haben mit beiden Kandidaten zum Ausgang des Ergebnisses, erste Stellungnahmen und wie es denn jetzt weitergeht. Wie gesagt, das alles erwartet Sie heute Abend und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Danke, ciao. Danke. Danke.